Die Leute, die sagen, sie sind zufrieden, sagen das nicht, weil sie zufrieden sind. Es ist ein Weglaufen und deshalb bilden sie sich ein, zufrieden zu sein mit dem, was da ist. Der Punkt ist, dass es eine Leichtigkeit ist, als Makler mehr als eine Immobilie pro Monat zu verkaufen, wenn man den Produktionszyklus versteht. Herzlich willkommen zur nächsten Immolution-Podcast-Folge. In diesem Podcast geht es um das Thema Produktion. Wie produziere ich eigentlich wirklich? Was ist ein Produktionszyklus? Und wie schaffe ich es einfach, ein Ding nach dem anderen fertig zu bekommen? Also einfach Erledigungen zu machen. Genau. Ja, schieß mal raus. Das hast du perfekt eingeleitet. Das Ding ist, ich stelle immer wieder fest, dass die Makler sich mit sehr, sehr vielen Dingen beschäftigen, aber auch häufig nicht wissen, was ist eigentlich wirklich die Production. Und ich will das mal herleiten aus einem ganz einfachen Beispiel, weil im Handwerk ist das total klar. Also der Installateur, der weiß genau, was er tun muss, um Geld zu verdienen. Der Autobauer, der weiß genau, was er tun muss, damit am Ende ein fertiges Auto ausgeliefert werden kann. Ein Bäcker, der muss um vier Uhr morgens aufstehen, der muss eine Menge Mehl und Teig anrühren, um Brötchen zu backen und Teilchen und was der Teufel, was Baguettes und hast du dich gesehen, damit die morgens um halb neun oder um acht oder um zehn oder wann auch immer ladenöffnungsmäßig in der Theke liegen, damit sie dann da verkauft werden können. So, jetzt mal an den Makler gefragt, an euch da draußen, was ist denn euer Production Cycle? Was ist der Produktionszyklus? Was muss ich denn wirklich tun, um nicht eine einzige Beurkundung alle zwei Monate zu machen oder einen im Monat? Also sozusagen am Ende, machen wir es mal ganz ehrlich, Klimmzüge am Brotkasten. Yes. Ja, das ist nämlich das Ding. Klimmzüge am Brotkasten. Es darf nichts schief gehen und es geht immer irgendwas schief. Und dann gehen die Ausreden los. Ja, Notartermin hat sich verschoben. Finanzierung geplatzt. Bla, bla, bla. Schwieriges Objekt. Genau. Irgendwas geht immer schief. Und warum? Warum ist es so? Weil man einfach nur versucht, irgendwie über die Runden zu kommen. Weil man irgendwie klarkommen will. Ach, eine Beurkundung ist geil, reicht aus. Dann mache ich meine, keine Ahnung was, 250.000 Euro Umsatz. Das geht mir so auf den Sack. So ein Loser-Mindset. Das ist halt, ja. Ganz schlimm, ganz schlimm. Das ist wirklich schlimm. Ja, diese Zufriedenheit mit nix. Muss ja nicht jeder Millionär werden wollen, aber habt doch mal irgendwie einen Anspruch, was zu leisten. Ich, ganz ehrlich, ich würde gar nicht so weit gehen. Ich würde einfach sagen, pass mal auf, was willst du denn mit 250.000 Euro machen? Da gehen 50% Steuern runter. Ja? So, machen wir erstmal 250.000. Wir gehen erstmal runter und rechnen mal die Kosten runter. Sagen wir mal, da gehen 100.000 was pro Objekt. Ist ja scheißegal, die Rechnung. Ist doch trotzdem wichtig. Pass auf, wir wollen ja ein bisschen Mehrwert liefern hier. Komm. Das heißt, wir haben 250.000. Jetzt gehen erstmal Kosten runter. Portale. Du hast, sagen wir mal, im Schnitt 1.500 Euro pro Immobilie, die du ausgeben musst. Ja? So, wenn du deine 12 Objekte verkaufst, weißt du ja schon mal, wo du bist. Ja? So, da sind ja schon mal 20 Riesen locker weg. Ja? Die sind schon mal weg. Die sind schon mal glatt raus. Nur für das Objektmarketing. So, dann machst du noch, hast du ein Büro, hast du dies, das, Ananas. Sagen wir mal, 80.000 Euro, 100.000 Euro Kosten sind fort. Sind wir bei 150.000. Jetzt gehen, nochmal, das wäre jetzt der Gewinn, jetzt gehen die Steuern runter. Sind wir bei 75.000. Da hast du gerade mal 6 Mille pro Monat und das als Selbstständiger brutto. Brutto. Und dafür bist du jetzt Selbstständiger? Ja, supergeil. Da kannst du ja doch auch irgendwo bei irgendeinem anderen Makler einen Job suchen, da verdienst du mehr. Ja. Also das macht schon daher keinen Sinn, weil das ist einfach nur irgendwie zurechtkommen. Ja. Und als Unternehmer ist einfach die Verpflichtung steigende, also wachsen, Wachstum, Power machen, Gas geben, damit du cooles Zeug machen kannst. So, das ist eigentlich der Frame, den man im Kopf haben muss, weil das auch mal was schief gehen kann und du nicht direkt wieder schlechte Laune kriegst und sozusagen die Segel anders setzen musst und, und, und. Und, ja, Mitarbeiter einstellen kannst, etc. Also das ist wirklich, ich will es nicht Loser-Mindset nennen, ist das jetzt einfach das falsche Mindset. Ja, doch, ich nenne es so. Ja, einverstanden. Weil ich finde das einfach, weil, weißt du, warum ich das Loser-Mindset nenne, in meiner Sprache? Weil die Leute, die sagen, sie sind zufrieden, sagen das nicht, weil sie zufrieden sind, sondern die sagen das einfach, weil sie entweder zu faul sind, sich den Arsch aufzureißen und herauszufinden, wie sie es verbessern können, oder weil sie es einfach nicht checken. Weil sie es nicht wissen, keine Wege haben, nicht bereit sind, Risiken einzugehen, mal Geld zu investieren, um dazuzulernen, was auch immer es nachher ist. Aber es ist nicht die echte Zufriedenheit, es ist ein Weglaufen und deshalb bilden sie sich ein, zufrieden zu sein mit dem, was da ist. Einverstanden. Da habe ich auch kein Problem mit. Der Punkt ist, am Ende des Tages ist es so, dass es eine Leichtigkeit ist, als Makler mehr als eine Immobilie pro Monat zu verkaufen. Es ist ein leichtes, wenn man den Produktionszyklus versteht. Und der heißt, ich muss vorne Leads gewinnen, Akquise. Erster Schritt der Produktion. Das ist sozusagen das Mehl des Bäckers. Dann haben wir den Einkauf und Bewertung, Analyse, Alleinaufträge machen zu verkaufbaren Kaufpreisen. Das ist jetzt zum Beispiel das Wasser und I don't know, was weiß ich was. Und dann haben wir als letztes den Verkauf und das ist die Ladentheke. Das ist das, was ausgespielt wird. Und am Ende des Tages muss jedem Makler, jedem Menschen da draußen bewusst und klar werden, dass Geld wird nur gemacht, wenn Objekte zum Notar gebracht werden. Du kannst mit Objektbestand nicht an der Kasse zahlen. Genau. Du kannst mit Objektbestand nicht an der Kasse zahlen. Das ist übrigens jetzt wirklich schon wieder ein nächster Marketing-Spruch auch für uns. Du kannst mit Objektbestand nicht an der Kasse bezahlen. Du kannst kein Auto kaufen, kannst kein Büro bezahlen und gar nichts. Also das ist dieses totale Durcheinander und dieses Ärgernis im wahrsten Sinne des Wortes. Und weißt du, was davon die Ursache ist? Mangelnde Kompetenz. Weil sie haben nicht die Kompetenz als Makler, wie mache ich Akquise. Die Kompetenz nicht zu haben, wie kaufe ich Objekte richtig rein und dann, wie verkaufe ich Immobilien. Ganz kurz zur Klarifizierung. Was bedeutet Kompetenz? Was steht dahinter? Weil viele Leute glaube ich, zu denken, dass irgendwie Kompetenz was mit Fachwissen zu tun hat, was ja alles gar nicht stimmt in der Form. Natürlich ist Fachwissen wichtig, weil man muss ja irgendwie wissen, wovon man redet. Aber was du ja auch meinst, ist mit Kompetenz in der Lage zu sein, Herausforderungen zu lösen, die nicht konventionell, wo es jetzt nicht darum geht, wie komme ich jetzt an einen Grundbuchauszug oder was auch immer. Sondern wie schaffe ich es zum Beispiel als Makler bekannt zu werden? Hast du die Kompetenz darin? Also die Kompetenz, wir reden jetzt vom Makler und das ist ja nicht eine Disziplin, nämlich zum Beispiel zu sagen, ich habe ein Seminar besucht oder eine Fortbildung von einem Jahr und bin jetzt irgendein toller Gutachter. Das ist nur ein Teilbereich. Wenn ich jetzt glaube, dadurch kompetent zu sein, dann muss ich sagen, dann würdest du bei uns einen Job kriegen, aber niemals die Firma leiten dürfen. Das hat also nichts mit Kompetenz als Unternehmer in der Real Estate Branche zu tun. Und hier geht es darum, die Branche, also das heißt, als Unternehmer Fähigkeiten, außerordentliche Fähigkeiten zu besitzen und erlangt zu haben und diese vor allen Dingen in der Praxis anwenden zu können. Und zwar nicht nur auf der Basis von dem, was jeder Depp kann, ja, nämlich eine einfache Mainstream-Immobilie kann jeder verkaufen, sondern die Dinge wirklich immer wiederholend in einer gleichbleibend hohen Qualität auf die Kette zu bringen. So, das ist Kompetenz und nichts anderes. Und alles andere ist Laberschwart und Blödsinn. Hat also nichts mit Kompetenz zu tun. So, das muss man einfach mal wirklich klar sich vor Augen führen. Und alles andere ist Schönrederei. Und mit Schönrederei meint rosa-rotes Brillchen. Ich komme ja klar, mir geht es ja gut. Und diese Person, die so redet, ist im Prinzip schon in der schlimmsten, in dem schlimmsten Status ever. Nämlich, er ist eigentlich gelangweilt. Er ist eigentlich in einer Position, wo er gar nicht richtig Bock hat und wo er gar nicht weiß, was tut er da oder warum tut er das, was er da tut. Denn ein Unternehmer, der heiß wie Frittenfett ist, der richtig Bock hat, der kreiert ja was, der baut ja was auf. Und der hört auch nicht auf, wenn er aber den ersten oder zweiten Erfolg gehabt hat und fährt dann schon wieder eine Woche in Urlaub, weil er ja ach so angestrengt und gestresst ist. Ja, guck mal, du fährst jetzt das erste oder zweite Mal nach jahrelanger wirklich harter Arbeit an einer Sache. Ja, jetzt hast du mal einen längeren Urlaub und erfüllst dir einen Traum. Verstehst du? Ja, und hast aber jahrelang wirklich echt geackert. Erstmal hast du kein schlechtes Leben gehabt. Nein, ich habe kein schlechtes Leben gehabt. Aber jetzt mal Spaß beiseite, wenn ich mir jetzt mal drüber nachdenke. Wann habe ich das letzte Mal einen richtig langen Erholungsurlaub gehabt? Ich glaube, letztes Jahr Winter. Diese beiden. Aber davor habe ich vier, fünf Jahre keinen richtigen Urlaub gemacht. Genau. Weil du einfach fleißig warst. Weil du einfach fucking fleißig warst und hast an deiner Kompetenz gearbeitet, hast dich weiterentwickelt. Natürlich kann man da mal so einen kleinen Short Run, mein schönes Wochenende hier, mein schönes Wochenende da. Ja, davon reden wir ja nicht. Aber wir reden von diesem Ausruhen auf dem, was man mal kurz geschafft hat. Exakt, genau. Und das ist halt übrigens auch immer wieder das, was mir meine, Coaches, ich beobachte das ja. Ich sag's denen ja und dann nachher sag ich, ich hab's dir gesagt, okay, du wolltest nicht hören, hast halt jetzt auf die Nase gekriegt. Das heißt also, du darfst einfach nicht aufhören, an deinem Produktionszyklus zu arbeiten. Und vor allem nicht das Stoppen, was dich dahin gebracht hat. Genau. Es gibt aber eigentlich so drei Phasen. Phase eins ist, du musst halt die Arbeit selber machen am Anfang. Da musst du durch. Phase zwei, du stellst Leute ein, also du machst die Arbeit, andere schauen zu. Die letzte Phase ist wirklich, die anderen machen die Arbeit und du kontrollierst sie. Ja, that's it. Und das ist doch eigentlich einfach. Das ist gar keine Raketenwissenschaft. Und dann, und dann hast du deinen Produktionszyklus im Griff und dann kriegst du Kaufverträge auf Ansage. Und zwar jeden Monat. Und hier eine kleine Sache. Ein Verkäufer kann ohne Schwierigkeiten vier Kaufverträge machen. Jetzt brauchst du dir nur noch aussuchen, wie viele Verkäufer du haben willst. In diesem Sinne. Peace. Ciao. Peace. 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 Peace.